Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Batman Arkham City. Ich bin Köln of Gidrera und wir haben jetzt mal ein bisschen den Batman genommen. Warte mal, wenn wir schon hier sind, können wir kurz... gucken, was wir noch am Fight-Sachen machen müssen. Ja, das. Okay. Das wisst ihr noch nicht. Man, ich kann nicht glauben, dass Catwoman all die Lüte von Stranger's Vault ist. Wie ist es, dass ich nicht wissen, was es ist? Es ist der Freakin' Mann! Ah, das war jetzt überhaupt nicht. So, das muss ich sagen. Au, das tut ja weh. Echt? Was, das ist mir ein hübsches Mädchen. Oh, ich bin gut was. So, also wir haben jetzt alle, äh, äh, Dingens, Titan-Behälter noch, ähm, in uns entledigt. Jetzt sollten wir noch zurück irgendwie mit Bane reden und so absprechen, weil wir ja Bane vertrauen und wir eindeutig sicher sind, dass er nichts Falsches macht. Yo, Bane, es geht. Ja, aber, äh, hieß es hier nichts, was wir zerstören? Ja, wun. Ja, wun. Als ob sie wirklich leid tun würde. Alter, mach mich nur nicht platt, du Kumpel. Oh, da war noch einer. Ah, genau, in der Seele. Ah, alles was man immer macht. All for myself. Now, do me a favor. And die! No! I knew I couldn't trust you, Bane. So I used you instead. What? Simple. You rounded up the remaining Titan. Now, I can destroy it. Stop! Stop! Find's cool, wie er immer das Bad-Symbol macht. Seht das auch? Schauen wir gleich mal. Hm, also... Wolltest grad... Du wolltest mich grad umbringen, Bane. Also, warum... Aber ich find's trotzdem geil, wie diese paar lumpigen Gitter ihn halten, weißt du? Wolltest du nicht, Bane! Let me out of here! I warned you, Bane. Free me! No, you'll get out. Eventually. I'm too busy to keep fighting you. No! Okay, damit haben wir jetzt auch die Bane-Geschichte komplett erledigt. Okay. Ja. Habe ich ihm nicht schlecht gesagt, wo? Hey, schaut mal da drüben ist, äh, das Ding jetzt Arkham's Asylum. Jawoll, ich wusste auch noch, dass das auch noch ein Rätsel ist. Also, ich schau jetzt mal ganz kurz mich hier drinnen um. Habe ich das vielleicht vergessen? Ich mein, ich bin mir ziemlich sicher, ich hab Freeze gesagt, wo Nora zu finden ist. Ja, genau. Ja, genau. I found her, Freeze. Nora! Ja, okay. Okay. Hm, merkwürdig. Egal. Letztermal auf jeden Fall. Nun gut. Ja, das weiß ich immer. Ich kann mich aber genau erinnern, dass ich mit dem immer Probleme hatte. Weil ich hab Batman leider sogar nicht. Wunderbar hab ich das jetzt zum dritten Mal durchgespielt. Einmal auf komplett Deutsch, einmal auf Englisch, weil ich's mir anhören wollte. Und jetzt halt nochmal fürs Let's Play. Ist zwar auch ne Weile her, aber es ist trotzdem nicht geil. Genau, jetzt auch das erste Mal auf meinem neuen Rechner ist. Ich hab jetzt hier übrig. Oh, warte. Ah, das war die Familie von Robin. Vom ersten Robin. Ah, mein. Ja, das war immer. Na gut, ähm, genau. Was steht jetzt überhaupt an, außer... So, ja. Also mal abgesehen von den ganzen Trophäen, wovon ich... Wow. Ich schon einige gefunden hab. Die ganzen Geschichten. Und die zwei, äh, drei Upgrades von Catwoman noch. Gibt's jetzt nicht mehr viel. Genau, es gab noch die... Was haben wir denn hier noch nicht? Enigma. Okay, das ist, äh, Riddler Sachen. Identitätstiep. Das ist der Typ, der die Gesichter rumgestillt hat. Der behaupte, äh, wo die behaupten, er sieht aus wie Bruce Wayne. Die normalen Leute retten und das war's. Also, ich werd nämlich deswegen jetzt hier einen Cut machen. Ich werd euch... Nicht mit den Sachen... Oh, warte, nein. Nein, eins haben müssen wir ja noch machen, genau. Genau, das werd ich noch machen für euch ja. Okay. Die anderen. Ich weiß, dass du nicht wieder zurückkackst. Ich wurde nicht in da drin. Ich versuche... Bitte, bitte. Du solltest ... Und wieder eine Rappet. Danke. Was ist mit diesem Wetter? Keine Ahnung, wer das Wetter hier macht. Ah, sehr gut. Ich finde trotzdem geil, wie er einfach so klopf, klopf ... Ah ja, das muss es sein. Bam! Die ganze Wand einreißt einfach so. Obwohl, vielleicht hat er auch noch Pfeilen aus Schocker. Ich meine ... 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